Was ist das, was man nachhaltig produziert? Dass man nachhaltig produziert, sowohl beim Essen, bei der Landwirtschaft, aber natürlich auch bei der Energie. Ich finde, dass zum Beispiel die Stadt Schrebergärten oder Platz fördern können, dass auch Leute von der Stadt ihre eigenen Sachen anbauen können. Regional ist sicher sehr wichtig. Das sollte man weiter ausbauen, nach meiner Meinung. Ideal, in allen Ländern, braucht es wirklich eine lokalische Agriculture. Das ermöglicht uns, dass die aktuellen Probleme mit der Pandemie nicht zu vermeiden. Für die kleinen Bauern, die bei seinem Hof rüben und die Härtöpfel anbieten, das ist sehr wertvoll. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.